Das Vivid Money Konto war für lange Zeit eines der attraktivsten Konten mit einer spannenden Cashback-Visa-Karte. Aber wie gut ist das Konto nach den letzten Änderungen? In diesem Video zeigen wir dir das Konto mit den aktuellen Konditionen, den Vorteilen und den Nachteilen. Am Ende sagen wir dir, ob sich das Vivid Konto noch lohnt oder ob du besser zu einer Alternative greifen solltest. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran! Die Vivid Money GmbH ist ein Unternehmen aus Berlin. Für das Kontoangebot arbeitet Vivid mit der Solaris Bank zusammen, deren Sitz sich ebenfalls in Berlin befindet. Das Konto bietet einige Features, die andere Banken nicht bieten. Welche das sind, das erfährst du jetzt. Legen wir los! Die Vorteile vom Vivid Giro Konto Vorteil Nummer 1 Das Konto kann ohne Kontoführungsgebühren geführt werden. Beim Vivid Standard Konto ist die Kontoführung kostenlos, wenn du eine von zwei Bedingungen erfüllst. Entweder du nutzt die enthaltene Karte für mindestens eine Zahlung im Monat oder du hast dauerhaft ein Guthaben von mindestens 1000 Euro auf dem Konto. Erfüllst du keine der beiden Bedingungen, wird eine Kontoführungsgebühr von 3,90 Euro monatlich berechnet. Außerdem bietet Vivid Money das sogenannte Prime Konto, bei dem 9,90 Euro im Monat berechnet werden. Mit dem Prime Konto erhältst du weitere Funktionen. Welche das sind und ob sich der Aufpreis dafür lohnt, zeigen wir dir gleich. Vorteil Nummer 2 Es ist eine kostenlose Visa-Karte enthalten. Mit dem Konto bekommst du eine Visa-Debit-Karte kostenlos. Mit ihr sammelst du auch den Cashback für Kartenzahlungen. Eine Besonderheit, sie besteht aus Metall. Vorteil Nummer 3 Kostenlose Unterkonten inklusive Beim Standardkonto sind drei sogenannte Pockets inklusive. Willst du das Prime Konto, sind sogar bis zu 15 Pockets gratis. Jedes der Pocket-Unterkonten erhält eine eigene IBAN, sodass du es wie ein vollwertiges Konto für CP-Überweisungen und Lastschriften nutzen kannst. Vorteil Nummer 4 Pocket-Nutzung als Währungskonten Die Unterkonten kannst du in verschiedenen Währungen nutzen. So kannst du beispielsweise eines in US-Dollar führen, ein anderes in britischen Pfund. Mit dem Standardkonto hast du die Wahl aus 40 Währungen. Beim Prime-Konto sind es 107. Das ist ein besonderer Vorteil, wenn du häufig in Länder außerhalb der Eurozone reist. Vorteil Nummer 5 Kostenlose Zahlungen weltweit Du kannst ein Pocket in der Währung führen, die das Zahlungsmittel im Land deiner Reise ist. Geld kannst du so vorab ohne Gebühren zu einem fairen Wechselkurs tauschen. Nutzt du dann deine Visa-Karte, wird die Währung der Zahlung erkannt und automatisch das Pocket mit der richtigen Währung genutzt. Fremdwährungsgebühren werden nicht berechnet. Vorteil Nummer 6 Kostenlos Bargeld abheben weltweit Auch bei Bargeldabhebungen funktioniert das so. Sie werden ebenfalls automatisch von dem Pocket abgebucht, auf dem sich die entsprechende Währung befindet. Mit dem Standardkonto sind Bargeldabhebungen bis zu 200 Euro pro Monat kostenlos. Beim Prime-Konto sind es 1000 Euro monatlich. Die Mindestabhebesumme beträgt 50 Euro je Abhebung. Unter dem Video verlinken wir dir noch eine Kreditkarte, die du mit Vivid, aber auch jedem anderen Konto nutzen kannst und bei der es keine Limits für kostenlose Bargeldabhebungen weltweit gibt. Vorteil Nummer 7 Investments in Aktien und ETFs Mit Vivid kannst du auch in Aktien und ETFs investieren. Dabei ist auch ein Bruchteilkauf möglich. Der Handel ist gebührenfrei mit Ausnahme des Kaufs von US-Aktien. Hier fällt eine Gebühr in Höhe von 0,5% an. Mit Vivid ist auch der Kauf von Bruchteilen ab einem Cent möglich. So kannst du in Aktien auch investieren, wenn dein Budget für den Kauf einer ganzen Aktie nicht ausreicht. Wenn du beispielsweise eine Aktie mit einem Kurs von 600 Euro kaufen möchtest, brauchst du nicht 600 Euro investieren. Du kannst hier schon ab einem Cent starten. Vorteil Nummer 8 Investments in Kryptowährungen Auch Investments in Kryptowährungen sind mit Vivid Money möglich. Aktuell stehen dir dabei rund 50 verschiedene Coins zur Auswahl. Das sind unter anderem Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, Polkadot, Chainlink, Uniswap und Cardano. Im Standardpaket ist ein Trade monatlich kostenlos. Jeder weitere kostet 1,49% bei mindestens 70 Cent. Im Premium-Tarif kannst du beliebig oft ohne Gebühren handeln. Vorteil Nummer 9 Cashback-Programm mit Renditechancen Bei Zahlungen mit der Visa-Karte erhältst du mit dem Standardkonto 0,2% Cashback. Nutzt du Prime, sind es 1%. Den Cashback bekommst du bei Vivid allerdings nicht in Punkten oder Geld, sondern in sogenannten Stock Rewards. Hier wählst du eine Aktie, die mit deinem Cashback verknüpft werden soll. Wenn der Kurs der gewählten Aktie steigt, dann erhöht sich proportional auch der Wert deiner Stock Rewards. Bei fallenden Kursen fällt auch ihr Wert, allerdings nicht unter den ursprünglichen. Das bedeutet, du profitierst von steigenden Kursen, verlierst aber nicht, wenn sie unter deinen Einstiegskurs fallen. Wählst du das Standardkonto, ist dein Cashback auf 20 Euro je Monat limitiert. Als Vivid Premium-Kunde erhältst du bis zu 100 Euro Cashback im Monat und kannst außerdem bis zu 25% Rabatt auf Einkäufe bei verschiedenen Marken erhalten. Vorteil Nr. 10. Mobiles Bezahlen ist möglich Zum mobilen Bezahlen mit dem Smartphone kannst du sowohl Apple Pay als auch Google Pay nutzen. Es ist also egal, ob du ein Apple iPhone oder ein Google Android Smartphone besitzt. Die Nutzung von Apple Pay und Google Pay ist kostenlos für dich. Die Nachteile bei Vivid Money Nachteil Nr. 1. Die Kontoführung ist nicht bedingungslos kostenlos Um das Konto kostenlos zu führen, musst du eine von zwei Bedingungen erfüllen. Entweder du nimmst eine Kartenzahlung pro Monat vor oder du hältst ein Guthaben von mindestens 1000 Euro. Erfüllst du keine der Bedingungen, wird auch beim Standardkonto eine Kontoführungsgebühr berechnet. Sie beträgt dann 3,90 Euro monatlich. Nachteil Nr. 2. Es gibt keinen Dispo-Kredit Ein Dispo-Kredit wird von Vivid derzeit nicht angeboten. Das Konto kann nur im Guthaben geführt werden. Nachteil Nr. 3. Keine direkten Investments in Aktien, ETFs und Kryptowährungen Die Investments in Wertpapiere und Kryptos erfolgen bei Vivid nicht direkt, sondern über sogenannte OTC-Instrumente. Dabei wird direkt mit dem Herausgeber der OTC-Papiere gehandelt. In dem Fall der CM Equity AG aus München. Steigt der Wert der hinterlegten Aktie oder Kryptowährung, steigt auch der Preis des OTC-Instruments und umgekehrt fällt er auch, wenn der Kurs des Basiswertes fällt. Du kaufst hier also nicht direkt die Wertpapiere oder Kryptos, sondern nur ein Derivat. Das ist nicht immer ideal. Warum? Das erfährst du gleich. Lohnt sich Vivid Money? Unsere Bewertung Das Vivid Standardkonto ist als Girokonto recht interessant, denn die Kontoführungsgebühr lässt sich leicht vermeiden. Beim Cashback ist die Karte nach den Änderungen nicht mehr so attraktiv. Hier bekommst du nur 0,2%. Entscheidest du dich für die Premium-Variante, erhältst du zwar recht hohe 1% Cashback, musst aber knapp 1.000 Euro monatlich mit der Karte ausgeben, um die Grundgebühr zu kompensieren. Wenn dir Cashback wichtig ist, dann empfehlen wir dir die Payback Amix-Karte. Sie ist kostenlos und du bekommst mindestens 0,5% Cashback und bei Payback-Partnern sogar das Doppelte und mehr. Payback-Punkte kannst du in Bargeld oder Mice & Momeilen tauschen. Einen Link zur Karte findest du unter dem Video. Auch bei den Investments in Aktien, ETFs und Kryptowährungen ist das Vivid-Konto nicht unbedingt empfehlenswert. Statt hier in die Derivate zu investieren, solltest du ein Direktinvestment vorziehen. Nur dann gehören dir die Werte auch tatsächlich. Mit den OTC-Derivaten hast du zum Beispiel im Fall der Aktien keine Aktionärsrechte und erhältst auch keine Dividenden. Unseren Depot-Tipp findest du ebenfalls unter dem Video. Um die Einschränkungen beim Geldabheben zu umgehen, empfehlen wir dir außerdem unseren Kreditkartentipp unter dem Video. Die Karte ist mit jedem Konto nutzbar und du kannst sie weltweit kostenlos zum Bargeld abheben und für Kartenzahlungen nutzen. Wenn du bereits ein Konto ohne Kontoführungsgebühren hast, lohnt sich der Wechsel eher nicht. Die Zusatzfunktionen, die es bei den meisten anderen Girokonten nicht gibt, kannst du dann leicht und besser mit Einzellösungen anderer Anbieter ergänzen. Wenn dir das Video zu Vivid Money gefallen hat, dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Hast du noch Fragen zum Vivid Girokonto oder einen Video-Wunsch? Dann schreib uns gern in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.